So. Ja, ähm, gut. Wie viel Platz haben wir noch im Rucksack? Oh. Oh, was ist das? Eine Perle. Hm. Ich mach nochmal ein bisschen Platz hier. Gut. Warte, Aktionen davor halt sinnlos. Geil. Ähm, wir haben jetzt schon wieder vier davon. Das reicht aber nicht, um eine Achtertasche zu machen. Obwohl, wir haben noch vier auf der Bank, glaub ich. Dann wären wir aber trotzdem erst bei neun. Äh, fehlt nur ganz wenig. Schade. Ansonsten Trophäen, das ist alles Schrott. Oh, da haben wir noch den Speer. Den können wir auch noch entdingsen. Haben wir sonst noch irgendwas? Doch, das hier. Oh, 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 das ist Stoff. Das ist Stoff. Gut, ähm, dann würde ich sagen, jetzt in die Stadt machen wir die nächste, äh, äh, die nächste Tasche. Und dann, äh, schauen wir mal, ob wir vielleicht noch irgendwas anderes Interessantes an Waffen herstellen können. Wir haben ja diesen 10er-Dolch einmal hergestellt. Vielleicht können wir den ja nochmal herstellen. Hoffentlich, ne? Ich guck nachher nochmal. Mich interessiert das gerade mit dem Tanz. Ich glaub, äh, das war dieses Shufflen. Alles. Oder? Gut, für jetzt überlaufen, ja, bla, bla. Alter, dass sie für eine Hauptstadt eine Überlauf-Map machen, naja, gut. Besser, als wenn man nicht in die Stadt kommt, ne? Äh, ich wollte runter. Gab's hier... Letztes Mal hab ich doch gelernt, es gab hier unten einen Teleporter. Mal hochrasen. Okay, grad kein Sound irgendwie. Huch. Mein Sound ist weg. Ist das nur bei mir so? Ah, ah, jetzt, jetzt ist mein Sound wieder da. Äh, ich weiß nicht, ja. Ja, äh, dann sehen wir jetzt wieder auf unserem Server. Ein Treckersee. Ein Baggersee. Ein Treckersee. Ja. Und machen jetzt eben nochmal diese Folge, äh, dieses... Aber hier müsst ihr doch jetzt... Ich hab doch vorhin hier... Also auf jeden Fall unten war das... Diesen Teleporter gesehen. Ich guck mal, ich benutze ihn gleich mal, dann guck ich, wo ich rauskomme. Das ist ja blöd. Hm. Dann nehmen wir unsere Abkürzung von... Äh, von... ...den letzten Episoden hier. Wupp. Matsch. So, jetzt ist hier der Teleporter. Da würde ich eigentlich rauskommen. Hätte doch eigentlich auch da einer stehen müssen. Mal sehen. Äh. Ah, man muss den Gang vorher lang gehen. Okay. Merken wir uns. Und für nächstes Mal sind wir schlauer. Ähm, Schneider war da. Hallo, Fremder. Hallo, Fremder. Hallo, äh, ebenfalls Fremder. Ah, ne, jetzt sind wir in der Schmiede. Ach, ne. Ne, hier hinten war ja der Schneider. Hm, hm, hm. So, dann holen wir uns mal unseren Kram. Den Schneider... Ach, das sind doch Wollreste. Äh, das war schon ein Tick besser. Hatten wir nicht irgendwo noch... Jute Ballen? Hatten wir wirklich nicht. Aber diese Fäden, die brauchen wir bestimmt. Die Barren auch. Großer Gründe. So, dann nehmen wir alles mit. Das können wir noch nicht. Das wollen wir nicht. Ach, genau, hier. Ah, grünes Item. Meisterwerk, tatsächlich. Also, das eine ist normal, das andere ist dann edel. Äh, das Blaue ist edel. Und dann kommt grün, Meisterwerk. So. Ja, gut. Ähm. Das werden auf jeden Fall mal gespannter Rufen. Machen wir erst mal das hier. Schneider bin ich ja noch nicht so weit, ne. Erst auf Stufe 3 jetzt. Ja, weiß ich nicht, das finde ich richtig cool. Statt, dass wir jetzt hier ewig Zeit verschwenden. Tschak, 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 tschak. Und können wir jetzt sogar noch eine... Oh, genau eine Tasche herstellen. Ich hätte ja schon ein bisschen Angst, aber... Cool. So, tauschen wir jetzt einfach mal aus. Klappt wunderbar. Mit Level 10 Waffe können wir jetzt ein zweiter Waffe erst benutzen. Was können wir uns denn noch machen? Ähm. Könnten uns eine Sandale machen. Ach genau, es gab doch diese... Veredelung, ne. Was braucht ihr? Veredelung, das haben wir gerade erst gemacht. Was gab's denn? Insignien. Was braucht ihr? Herstellung. Rüstung mit plus Kraft. Ne, Kraft wollte ich... Obwohl Kraft wäre auch mal gar nicht so schlecht, ne. Aber da wollte ich drei so eine Fülle. Sicher nicht. Aber davon hab ich genug. Aber Jude dabei nicht. Knochensplitter. Oh, Knochensplitter hab ich auch... Ein. Okay. Hab ich ein. Äh, davon hab ich auch noch ein paar. Hab ich auch mal lieber runter da. Öh, das hab ich... Ah, Rohleder hab ich auch noch. Komm da mit hin. Ähm. Was ist denn das? Er wird entgegenstanden. Was macht der auf meiner Bank? Winziger. Ach, die kann man noch... Das macht er übrigens noch nicht automatisch. Ich weiß auch nicht, wieso. Das jetzt zum Beispiel. Äh, winzige Clown. Ähm. Verantwortung ist deine Bürde. Das macht er auch noch nicht. Äh, ja. Was auch immer. Ähm. Ach genau, wir haben ja diese Münze gekriegt. Die packe ich mal bitte da hin. Ja. Alles, was ihr braucht. Davon haben wir auch noch was. Guck mal da mit hin. Ach, das andere Charakter gebunden. Okay, dann schmeißt du es irgendwo in die Ecke. Jo, ansonsten, das wär's denn so weit. Können wir wirklich nichts mehr schneidern sonst? Ist das so ein schwerer... Ne. Ach, das können wir noch. Aber das find ich ja doch ein bisschen, ein bisschen mickrig, würde ich fast sagen, was wir jetzt so herstellen können immer. Nur diese... Ja, aber okay, wenn wir immer die Taschen machen, ist das glaub ich klar. Zweimal noch. Na ja, gut. Ähm, dann packe ich meinen Jute-Restkrams mal wieder auf die Bank. Dahin und dahin. Und dann, äh... Jo, nochmal später. Bei ihr verkaufe ich nochmal meinen ganzen Schrott. So, den ganzen Schrott wegmachen. Dann gehe ich jetzt mal zum Waffenschmied. Ka-ching! Oh, wusste gar nicht, dass mich die schneller macht. Zehn Sekunden. Hm. Okay, war jetzt einfach wirklich nur getestet, aber... Oh, hat ja geklappt. Können wir reden, können wir reden? Ich glaub, ich brauch mal wieder Zinnbrong. Oder hab ich noch? Hab ich noch Zinnbrong? Zinnbrong hab ich noch, okay. Dann machen wir hier nämlich nochmal ein paar Bronze drangen. Ka-ching! Und diese... Ah, die können wir auch herstellen. Möge Lissa euch helfen. Oh, da können wir aber ordentlich jetzt was herstellen, ne? Unheilvolle... Mit Zustandsschaden. Das klingt für mich jetzt nicht schlecht. Und das hier? Vitale Inschrift. Das haben wir schon mal gemacht. Was brauchen wir? Mächtiges... Äh, nee, schwaches Blut. Zweimal. Ähm... Haben wir sogar. Ach nee, wir haben zweimal und wir brauchen drei. Oder was? Äh. Haben wir auch wirklich auf der Bank keinen Blut mehr? Ich war mir ganz sicher. Schade. Weil, bin ich zu blind? Nee. Naja. Ähm, gut, dann nicht. Ja, ich auch. Deswegen schmeiß ich das hier grad hier rein. Kleiner grüner Stiel. Ach so, nö, ne... Ähm, ja, dann machen wir uns erstmal wieder ein Dolch-Ding. So ein Dolch-Heft und eine Dolch-Schneide. Und dann machen wir die wieder. So wie vorhin. Hier alle drei rein. Und kriegen tatsächlich eine neue Waffe. Cool. Zustandsschaden. Ich weiß nicht, was Zustandsschaden ist, aber... Besserer Dolch, ne? Ich habe alles, was ihr braucht. Ich habe alles, was ihr braucht. Hier. Dann wäre es auch mal cool, irgendwie wieder die Socke hinzukönnen. Aber ich finde momentan... Ah, warte, die habe ich früher mal beim Edelstein-Dengsen gefunden. Vielleicht sollte ich mal wieder öfter, äh, hier Kupfer und sowas fahren. Da sind die immer rausgekommen. Zündbrocken. Äh, mach ich mal hier mit hin. Zu den Barren. Die Klinge bewahren wir uns auf. Die kommt wieder mit hier hinten hin. Die Perle. Die könnte ich nochmal... Was braucht ihr? Halt die Fresse. Das Leder kommt da mit hin. Die Zähne damit. Ich weiß auch noch nicht, wozu man die braucht, aber... Whatever. Obwohl... Ne, so ein Quatschchen brauche ich alles nicht. Das verkaufe ich gleich. Da. Winzy Clown dahin. Das soll jetzt dahin. Der kann... Ach, scheiß auf die vier Kupfer. Grüner Dübel weg. Rohleder erst mal weg. Möhren. Ja, nö. Alles... Oh, passt ja sogar noch gerade eben. Und, äh, diese Perle, die packe ich jetzt mir einfach mal in den Dolch, ne? Habe ich hier schon was drin? Nö. Nö. Oder schon in den nächsten Dolch? Ach, ich mach's erst mal so. Vielleicht bin ich bis dahin neun. Ja. Ähm. Das wär's eigentlich schon, ne? Inventar ist wieder aufgeräumt. Jo. Sieht gut aus. Ja, ähm. Dann mach ich hier jetzt gleich erstmal einen Cut. Und dann sehen wir uns... Ich glaub, ich hab mal wieder Lust, ein bisschen hier die... Quest weiterzumachen. Jo. Port ich mich hier hin. Und dann sehen wir uns, äh, demnächst gleich... Wieder... Ah, bei der nächsten Story Quest, ne? Und dann... Und dann... Vielen Dank.